Die sind ja nicht. Dann geben wir ein Ziel. Ah, wir sind ja in diesem Saal. Dort gibt es immer sehr viele Möglichkeiten. Sie sind ja gerade in unserer Nähe. Einen habe ich. Hast du einen gerecht? Ich auch. Hast du einen? Wo sind denn die noch? Ich habe einen. Hey, du bist sehr gut. Das ist noch ein fucking Emulator. Das habe ich auch weggepustet. Ich hole mir das Kopfgeld. Du warte. Dann kann ich nachher schauen, ob wir eine Rückendeckung geben.